Es war wichtig für uns, gegen Marseille zu gewinnen, sonst hätten wir wahrscheinlich keine Chance mehr, uns zu qualifizieren. Jetzt ist die Hoffnung wieder da, wir haben vier Punkte. Wir spielen zweimal auswärts in der Europa League, in Marseille, in Fenerbahce, einmal zu Hause gegen Limassol. Es ist noch alles möglich. Nein, wir wollten die 2-0 machen, sonst, ja, weil mit 1-0 bist du nie in Ruhe und wir wollten die 2-0 und wir haben gedacht, es ist besser mit Peniel zu spielen, seine Schnelligkeit und Power, die 2-0, das hat er super gemacht. Er ist bereit, zu arbeiten, zu lernen. Ich kann nicht definitiv sagen, aber für Toni Janschke, er kommt nicht, er darf nicht kommen. Und für Luc de Jong, es wird eng. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, alle sagen, Hannover, okay, gute Mannschaft und so, das ist uns egal. Wir müssen uns gut vorbereiten und eine gute Leistung dort zu bringen.